Herzlich Willkommen bei Team der Erdhandel. Mein Name ist René Schönemann. Hydrolift steht für extreme Performance und eine ausgezeichnete Qualität. Der Sea Acceptance Test wird bei jeder Hydrolift durchgeführt, die die Werft verlässt und zum Kunden geschickt wird. Heute haben wir die Ehre, bei einem solchen Sea Acceptance Test dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. 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 Ich wünsche Ihnen viel Spaß.